hallo und willkommen bei comic dojo hier ist thomas hier steve und heute schauen wir uns mal star wars visions an ist ja eine ziemlich erfolgreiche disney plus miniserie gewesen ich habe gehört es kommt auch eine zweite staffel demnächst raus und die erste folge dieser miniserie die hieß es war eigentlich eine anthologie also miniserie ist so eine sache jede episode war eine eigene geschichte von verschiedenen großen namen in der anime-industrie und die erste episode war da war das character design von takashi okazaki dem einen oder anderen sagt das vielleicht was takashi okazaki ist nämlich der creator von afro samurai afro samurai ist ein ziemlich bekannter anime würde ich sagen so um die 2000er jahre rum kam der raus und er hat auch den nicht nur das design gemacht sondern guck mal hier habe ich so ganz sketch von ihm sondern hat auch den manga gezeichnet und ist eine sehr spektakuläre geschichte wie dieser manga entstanden ist und überhaupt seine ganze karriere entstanden ist was ganz besonderes den afro samurai manga schauen uns ein anderes mal an heute schauen wir uns hier das hier an und wie gesagt basiert auf der disney plus serie star wars visions auf der ersten episode die erste episode hieß der ronen und dieses heft hier erschienen darauf und das ist praktisch die vorgeschichte was was mit dem charakter der in dieser der ronen episode der hauptcharakter passiert ist bevor der handlung dieser ersten episode und ich bin großer fan von takashi okazaki der essen japanischer zeichner der aber sehr inspiriert ist von westlichen dingen während wir irgendwie westliche künstler sind die sehr inspiriert sind von asiatischen dingen das ist das immer so komisch dieser dieser mix aber ich finde es ich finde es immer sehr spannend wenn so aus der osten auf westen trifft und die sich dieser austausch dieser gegenseitige austausch und das ist eigentlich auch das perfekte projekt dafür dass star wars george lucas war hauptsächlich inspiriert durch akira kurosawa samurai filme für star wars und so schließt sich hier der kreis wieder zwischen dem japanischen und amerikanischen während george lucas dieses japanische aus den kurosawa filmen mit star wars in westen gebracht hat bringt takashi okazaki hier diese star wars wieder zurück in den osten nach japan und ich würde sagen wir schauen wir schauen jetzt mal rein hier im vorwort wird kurz gesagt dass das hier diese handlung handelt vor der geschichte die in dem anime der ersten episode des animes stattfindet und dieser ganze comic ist in dem typischen zeichen und auch kolorationsstil wie man denn man kennt aus den mangas von okazaki nämlich diese extrem vielen grautöne aber hier da das ja ein amerikanischer farbcomic ist hat er sich hat es einige kleine elemente mit farben versehen was ich ziemlich cool finde also ist mal was anderes ein anderer anderer look und die charaktere die hier auftauchen ich meine ganz klar dieser charakter ist allein von der frisur sehr sehr stark angelehnt an afro samurai und sein charakter ist ein blinder schwertkämpfer also auch klar inspiriert an der japanischen filmreihe satoshi der ein blinder schwertkämpfender masseur ist und ja die story beginnt hier in dieser verschneiten landschaft und dieser charakter ist unterwegs mit seinem wie heißen die droiden der so ein bisschen aussieht wie r2d2 und aber halt mit diesem japanischen look mit dem strohhut und so ich finde die designs die character designs takashi okazaki ist auch bekannt als character designer hat unter anderem den die charakter designs für den batman ninja anime gemacht und ich finde seine charakter seit immer mega gut also kein charakter sieht aus wie der andere alles super cool design die kleidung die frisuren die gesichter wenn man allein hier so kleinigkeiten wie diese japanischen holzschuhe dass er dass die diesen star wars twist haben kleine technisch technische elemente da dran und so sehr sehr geil und er läuft ja diese schnee landschaft und hier oben sieht man hier so seine seine haare und er guckt dann darunter und auf dieser brücke ist ein anderer charakter der auch mit einem droiden unterwegs ist und der ist umzingelt vorne und hinten von gegnern sage ich mal ist ja aufgefallen dass das ein umgefallener dings ist wie heißen die stimmen ist mir gar nicht ist mir nicht aufgefallen als ich gelesen habe die so ein at at oder at st oder was auch immer ja stimmt hier ist der körper und da sind die beine also das ist nicht nur der brücke sondern das ist so mega cool ja cool ist dass du das aufgefallen ist ja dieser comic steckt auch voll von so easter eggs und das das macht ist für mich noch mal so eine so ein extra spaßfaktor dann sehen wir hier diesen charakter der auf dieser brücke ist also auf diesem bein von diesem at st mega cooler charakter und das ist auch der hauptcharakter von der der ronin episode der titelgebende ronin charakter und der hat ja auch so einen droiden der in so einem ja wie in so einer art kinderwagen ist aber auch in dem design von diesen at at ist und das ist natürlich inspiriert von dem von den japanischen kultfilmen und manga meisterwerk lone wolf in a cup und ja wenn man hier die character designs sich anguckt von diesen gegnern die ihm gegenüber stehen ist auch mega cool die haben so elemente von den stormtrooper von den helmen der stormtrooper und dann halt auch so tattoos so yakuza tattoos aber mit elementen aus star wars diversen logos und so weiter also wirklich sehr liebevoll takashi ukazaki ist auch ein großer star wars fan also für ihn ist das wirklich ein werk an dem er ja mit leidenschaft gearbeitet hat und die greifen ihn dann an und schießen und man sieht auch vom vom seiten layout hier sind es noch so gerade panels auf den ersten seiten sobald die action abgeht gehen es werden die panels dann verschoben und gedreht und finde ich mega cool in eine schießt und die reaktion er zieht sein schwert der ronin und zerschneidet den schuss und der schuss wird durch diesen durch das lichtschwert in mehrere teile geteilt und diese teile treffen dann die charaktere hinter ihm und schalten die alle aus mega coole mega coole action aber auch halt wie die schwerte die schwerte sind sich angelehnt an zum reich werter die die laserschwerter oder lichtschwerter lightsabers wie man sie nennt bei star wars super coole posen und ja sie schießen und die sagen noch her trifft auf keinen fall den droiden und der eine trifft hier versehentlich diesen droiden aber verdammt ich habe doch gesagt wir sollten nicht auf den droiden schießen und dieser droide seine augen färben sich rot und aktiviert das waffensystem von diesem kinderwagen hier und wird komplett komplett ausgestattet mit waffen überall kommen dann so laser waffen raus super cool und ich meine das ist bei loan of a cup ist das ja auch so dass der kinderwagen hat irgendwie so eine art prototyp von dem maschinengewehr dass er hervorrufen kann ich glaube das ist nur ein film oder oder ist im manga ist das auch so und naja und die die flüchten teilweise und ja dieser droide ist angepisst und schießt raketen und die werden alle vernichtet finde ich auch ziemlich cool hier dieses dieser seitenaufbau hier man sieht wie der charakter auf uns zu rennt schreiend und es färbt sich dann schwarz höhe die kamera zoomt in seinen mund rein oder er rennt auf uns zu wir sehen den mund und es wird zu schwarz und ja der ronan sagt nur hast du es also wieder gemacht und er reagiert halt mit diesen rvd-zwoartigen tönen die sind halt irgendwie so süß diese rvd-zwoartigen droiden und man denkt die können einen nichts anhaben und dann hast du halt so einen der so machtvoll ist und die wurden dann alle ausgeschaltet von denen und man merkt auch wieder die action ist ja vorbei und dann hast du wieder die geraden panels also sehr sehr coole manga layouts hier finde ich auch sehr cool sehr star wars typisch diese kamera fahrt nach unten so fängt ja eigentlich star wars auch an fast jeder star wars film fängt glaube ich so an mit diesem shot von dem weltall und dann geht es runter und da sieht man auch wieder wie liebevoll takashi okazaki das hier gestaltet hat und wie es oft ist bei samurai filmen gibt es oft so eine szene die in so einer heißen quelle stattfindet und gerade hier dieser kontrast aus der schneelandschaft mit der heißen quelle sind ziemlich cool und da treffen unsere zwei protagonisten und ihre druiden aufeinander ich finde es witzig dass der druide auch ein bad nimmt vielleicht ist es ein ölbad keine ahnung aber für technik eigentlich nicht so eine gute idee die in wasser zu tunken ja und dann unterhalten sich die zwei hier ein bisschen der afro samurai artige charakter mein da hat das einzige was noch fehlt wäre jetzt ein sarke und der ronin meint ich habe sarke hier willst du welchen und er meint ich wollte ich jetzt aber nicht zwingen dass du mir was anbietest vielen dank und dann auf der nächsten seite sieht man okay die haben jetzt schon haufen sarke getrunken hier sechs flaschen leer getrunken und wir sehen auch dass der ronin charakter schon ziemlich übel zugerichtet ist also erinnert so ein bisschen an darf vader wenn man ihn ohne rüstung sieht ziemlich demoliert und irgendwelche technischen elemente die da in seinen körper mit eingebunden sind ja da auf jeden fall schon ein paar kämpfe hinter sich genau da hat schon schon viel action gesehen ja und man erfährt ein bisschen was über die charaktere also nicht viel aber es macht die eigentlich noch mysteriöser er bietet also der afro samurai artige charakter bietet dem ronin an er könnte ihn ja massieren als danke dafür dass er den sarke geteilt hat mit ihm was natürlich noch mal so eine anspielung ist dass er auf satuichi basiert dem blinden masseur und er meint ja das klingt nicht schlecht aber er möchte lieber dass er möchte die schmerzen seiner wunden weiterhin spüren er möchte nicht dass er nicht zu viel komfort haben weil er hat es nicht verdient und der andere meint dann verdient wieso und dann ja so ist es er hat nämlich in vergangenen kämpfen hat er viele viele getötet und deswegen verdient er diesen komfort nicht und da sieht man ja diverse star wars charaktere die er wohl getötet hat aber halt mit dem takashi ukasaki twist mit dem design also das sind charakter die wir teilweise so kennen so wie die hier oder den da aber oder den hier auch aber halt um designt mit diesen japanischen elementen und die sehen alle mega geil aus also gefällt mir wirklich sehr sehr gut und viele meiner freunde oder verbündeten sind auch gestorben sagte afro samurai charakter sagt war das in dem krieg und dann ja sowas ähnliches das war ein schrecklicher krieg und dann sieht man hier noch mal so einen rückblick auf den krieg mit den verschiedenen japanisch designten stormtrooper alles mega coole rüstung designs es gibt so japanische samurai star wars figuren von takayuki takeya design die sind so ähnlich aber auch das wären coole figuren also ja diese takeya figuren basieren glaube ich auf diesen stormtroopers von episode vier bis sechs und das sind ja mehr so diese eins bis drei das sind ja diese klon krieger also ein vom design her von der von dem helden her aber könnten sie gerne im westen raus bringen also generell die ganzen designs die von takashi ukazaki hier created werden wenn es da figuren davon gäbe ich wäre sowas von dabei ich glaube von dem hauptcharakter gibt es sogar eine figur gibt so eine so eine star zu oder sowas ja es gibt auch so eine super bewegliche figur muss ich mal nach dem video gucken ja und das afro samurai charakter sagte man nannte mich früher den shogun aber ja das war damals und das hat mich der krieg hat mich mein augenlicht gekostet und er sagt schon gut und er sagt ja du glaubst es vielleicht nicht aber kurz bevor der krieg beendet war hatte ich ein komisch ein schlechtes gefühl als ich an dem tag aufgestanden bin zwar ein sonniger tag aber ich war trotzdem wurde ich von blitzen getroffen und durch diesen durch diesen angriff bin ich hier von diesem turm gefallen aber wie und durch ein wunder habe ich überlebt ich meine das von blitzen getroffen dass man kennt es ja aus dem star wars universum dass die siv diese fähigkeit haben blitze zu schießen sowie der imperator und er fällt darunter und dann hat er so eine art tagtraum und in diesem tagtraum trifft er hier auf diesen auf diesen gott oder sagt er hatte eine vision von seinem vater und das ist ganz klar inspiriert von von möbius von der inkahl geschichte von möbius und jodorowsky da gibt es so eine ähnliche splash page und takashi ukazaki hat gesagt dieser charakter hier dieser vater dieser gott ist allerdings soll george lukas sein mit dem langen bart und super coole idee dass er seine schöpfer sieht und seine schöpfer ist halt george lukas als seine art buddhistischer gott ja und dieser dieser vater sagt ihm er soll zu dem planeten sukalan gehen und dort den tempel elu joji besuchen und er fragt was was erwartet mich dort und dieser gott verschwindet und sagt die wahrheit immer etwas neues und wieder zurück in diesem in dieser heißen quelle sagte ja seitdem suche ich nach diesem tempel und der ronin charakter sagt ja er hat von diesem tempel schon gehört er weiß aber nicht wo er ist aber er hat von seinem lehrer davon gehört die wahrheit über die galaxie ist dort zu finden und es ist der ort der einzige ort an dem du deine seele reinigen kannst was auch immer das bedeutet und dieser schon guten charakter sagt er deine seele reinigen naja der die heiße quelle ist wohl nicht gut genug um meine zu reinigen hahaha und die die droiden die spielen hier so jakuza würfelspiele mit den evox finde ich auch sehr cool dass eine gelegenheit gefunden hat die evox noch mit dieser story einzubauen ja und dieses jakuza element ziemlich cool er sagt naja der druide liebt die würfelspiele mehr als alles andere er sagt dann es gibt ein schönes casino auf der anderen seite von dem berg wie wärs wenn wir da hingehen würden 20 20 leute wurden dort mal gekillt und zwar von einem mann und sie sagen er hatte ein rotes lichtschwert und wir wissen ja dass er ein rotes lichtschwert hat also höchstwahrscheinlich wissen 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 die zwei charaktere schon voneinander wer wer ist das ist auch so ein typisches moralfilmszenario die zwei machen so als ob sie sich nicht kennen würden aber eigentlich wissen beide schon bescheid wer der andere ist ja am nächsten morgen will der runden charakter gehen und beruft dann seinen droiden sein droide heißt five six und da der comic also gespickt ist mit anspielungen habe ich versucht herauszufinden was was das für eine anspielung sein könnte ich dachte erst das wäre das ja in dem sieben samurai erschienen ist von kurosawa aber sieben samurai ist 54 erschienen deswegen was war 56 wenn es einer von euch weiß gerne in die kommentare schreiben würde mich interessieren was für eine anspielung das sein könnte hier und er fragt dann ja würdest du dir was ausmachen wenn ich mitgehe du hast mir so viel gegeben und irgendwas will ich dir will ich dir zurückgeben wie wäre es wenn wir einen anderen ein drink in der station einnehmen und auf meine kosten und er sagt dann nee sorry also ich werde abgeholt und ja ich gehe einen anderen weg ja zu schade dann kommen die hier an so einen friedhof und da trennen sich dann ihre wege und kurz bevor sie sich voneinander verabschieden sagt der runden charakter hast du mich etwas vergessen und er meint vergessen ja wolltest du mich nicht töten master jedi und jetzt wissen wir auch bescheid dass er ist ein jedi und er ist offensichtlich ein siv und es schweigt und so ein bisschen verdutzt der andere start ihn an und dann senkt er seinen blick und überlegt und dann sieht man hier die schwerter von dem siv charakter und unser jedi meister hat sein laser schwert in der hand und der siv meister fängt an zu schwitzen wird nervös und dann haben wir diese coole doppel splash page wie beide ihre schwerter zücken und zuschlagen er mit der rückhand wie satoichi und er normal super cool also ich liebe takashi ukasakis art style dieser mix aus ost und west ist zwar so dieser manga stil aber trotzdem sehr viel schraffierungen und sehr viel linien und er ist auch die einzige doppel splash page in dem ganzen comic also wirklich der wichtigste moment ist diese doppel splash page sehr gutes storytelling beide haben zugeschlagen und der siv lord man sieht er wurde in der mitte durchgeschnitten während der jedi meister wieder sein schwert in die scheide steckt und dann sind wir wieder in dem moment davor beide stehen da und keiner hat sein schwert gezückt und man sieht wie der ewr schwitzend hier steht und überlegt und das ganze was eben gerade gesehen haben auf den drei seiten hat nur ihren gedanken stattgefunden und das wird auch nochmal dadurch bestätigt weil hier die die panel border sind hier schwarz und im ganzen restlichen comics sind die panel border so wie hier weiß das hebt sich da nochmal ein bisschen ab und das ist auch so ein so ein typisches trope für samurai filme man kennt es wenn man ein bisschen versiert ist in dem genre dass es gibt oft so szenen wo zwei meister aufeinander treffen und sich vorstellen was wäre wenn sie kämpfen und dann lassen sie es doch sein und so ist es hier auch und er sagt ja ich habe gar nichts vergessen wenn du noch lebst und sich unsere Pfade das nächste mal wieder kreuzen ja dann sehen wir uns und die Droiden verabschieden sich voneinander das werden wahrscheinlich noch die die größten Freunde hier und er sagt die Party ist vorbei Mann und lacht hahaha und der Sith Ronin meint dann wenn ich meine Hände an meinem Schwert gehabt hätte dann wäre ich gestorben und hier hat der Droide zückt hier so ein Feuer und er sagt ja du hast recht und wir können noch mal kurz ein bisschen zurückgehen und sehen was er damit meinte weil hier hat ja der Jedi Meister auch wenn er blind ist hat er so nach unten geblickt und hat gesehen dass er seine Hand nicht am Schwert hatte und der Jedi Meister hatte seine Hand schon am Schwert das heißt er wäre schneller gewesen und hätte ihn besiegt dadurch und er sagt ja du hast recht lass uns gehen Meister und das ist auch nochmal so ein Twist dass diesmal der Droide nicht der Handlanger ist sondern der Droide ist sein sein Mentor und ist mächtiger als er wie man am Anfang schon gesehen hat mit seinem Kinderwagen voller voller Waffen mega coole kleine Story ja hat mir großen Spaß gemacht also nicht nur wegen den ganzen Easter Eggs generell einfach der Zeichenstil und auch dass es mal wieder eine in sich abgeschlossene Geschichte ist was man heutzutage wirklich sehr sehr selten hat die meisten Storys heutzutage die man so in Heftform kauft sind dann irgendwie Part 1 von 6 oder 8 ja und ich meine Hefte sind mittlerweile so teuer wenn ich mir das angucke dieses Heft das hat ein Price Tag von 5 Dollar 5 Dollar für so ein 20-seitiges Heft ist schon eine Menge Geld finde ich wenn du im Vergleich dazu kriegst du für 8 Euro einen 200 Seiten Manga ah apropos Manga ich habe gesehen der Panini Verlag bringt so im Juni glaube ich habe ich auf Amazon zufällig gesehen als ich nach anderen Takashi Okazaki Sachen gesucht habe bringt Panini ein Star Wars Visions Manga raus mit 112 Seiten von Takashi Okazaki bin ich gespannt was das ist ob er in Japan die Story fortgeführt hat oder ok 112 wie gesagt das sind 20 Seiten wenn es 112 Seiten gibt von ihm würde mich sehr freuen ja es gab ja wahrscheinlich noch weitere Hefte von der Star Wars Vision Reihe von anderen Künstlern oder ne es gab nur das eine hier im Impressum steht nämlich auch Published as a One Shot ok dann finde ich die Nummerierung aber komisch das ist immer so eine Sache Marvel weißt du wenn du Nummer 1 auf dem Cover hast dann kaufen es mehr Leute weil es Nummer 1 ist aber ok interessant soviel ich weiß gibt es keine Nummer 2 und Takashi Okazaki war auch der einzige von den Künstlern der ne Comic Version da gemacht hat wobei in Japan gab es Star Wars Visions gab es irgendwie noch so ein Tankobon Band von einem anderen Künstler aber im Westen soviel ich weiß nicht oder noch nicht zumindest ja bin ich gespannt was da rauskommt vom Panini Verlag Juni war glaube ich das Datum ok super cool Takashi Okazaki wie gesagt Afro Samurai hier gab es zwei Bände das ist hier der deutsche Band kam super edel in Hardcover sogar raus und auch auf Hochglanz Papier auch mit bisschen Farbe also nur das Blut sehr cool aber mittlerweile out of print super schwer zu kriegen wenn dann meistens ziemlich teuer werden wir uns demnächst mal angucken weil ich bin großer Fan von Afro Samurai waren zwei Bände auf Deutsch sehr nice ja und ansonsten falls ich sonst noch irgendwas von Takashi Okazaki in meine Hände kriegen sollte irgendwelche Artbooks oder japanische Veröffentlichungen gucken wir uns bestimmt auch mal an und ja höchste Empfehlung für Star Wars Fans für Fans von Samurai und Cyberpunk Geschichten also ich fand es mega gut und freue mich schon auf diese 112-seitige Version davon ok interessant ja Thomas wir sind ja selbst auch Comic-Zeichner was ist dein aktuelles Projekt mein aktuelles Projekt ist auch so eine Mischung aus Ost trifft auf Westen und zwar Shaolin Grandmaster Killer nur sind es bei mir keine Samurai sondern Kung Fu Kämpfer also eher der chinesische Teil nicht der japanische und ja ich strebe auch so eine so eine Mixtur an aus Mischung von modernen von Sci-Fi Elementen und traditionellen Martial Arts Elementen mit meinem Comic mehr Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage thomas-luzalek.com oder auf meinem Instagram thomas-luzalek und Steve wie sieht es bei dir aus? mein aktueller Comic Gaschapau Band 1 und 2 findet ihr in unserem Shop Link findet ihr unter dem Video ansonsten findet ihr meine Sachen auf Instagram unter stev unter stichstuzalek oder meiner Webseite stevstuzalek.com ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal